und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu justin wreck and the big time hack ja in der letzten folge war ich am ende ein bisschen verzweifelt weil ich versucht habe den käse in der vergangenheit einzugraben aber das hat leider nicht so funktioniert weil wir brauchen dann noch ein behältnis für ein gefäß für wir auch immer jetzt schauen wir einfach mal was wir hier sonst noch so haben okay aber das reicht nicht um das da rein zu tun oder in mentartikel diverse nagetiere allergietabletten Plummen. Okay, also müssen wir das erstmal loswerden. Die Frage ist nur... Bambus stecken, kann ich damit nicht was raussaugen? Also erstmal... Achso, ja. Okay, das heißt mit anderen Worten, ich muss mich verkleiden. Mit dem Anzug? Ja, ich weiß, ich weiß. Okay, gehen wir erstmal eben zurück und gucken mal, ob wir jetzt hier das Benzin raussaugen können. Aber nicht runterschlucken, ne? Okay, jetzt ist der aufgeladen. Kann man das Ding vielleicht da mitmachen? Okay. Gehen wir erstmal ins Krankenhaus. Schmerz. Scrambled headgear? Spine bent out of shape? Our licensed Mechanical Engineer slash Physician will sort out the gunk and realign that spine in no time. Upgrade your upper body limbs to the new Ruth Group 300. Official special agent gear now available to the public. Ja, geil. Ja, geil. Ok. Ich möchte bitte einen Termin beim Arzt machen. Ich möchte einen Termin bei einem Psychotherapeuten vereinbaren. Oh ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Lass mich Dr. Dr. 22' Assistentin online für Sie bekommen. Das ist Dr. Dr. 22' Assistentin. Wann würde ich den Doktor sehen? Well, so schnell wie möglich, wirklich. Ich verstehe. Und was könnte ich sagen, dass das hier so ist? Well. Es ist etwas Persönliches. Ich habe mit Bindungsproblemen zu kämpfen. Ich habe das verzweifelte Bedürfnis, Tintenglexe auf Papier anzuschauen und jemanden zu haben, der mir zuhört. Ich sage mal, es ist etwas Persönliches. Ähm, ihr scheint nie zur gleichen Zeit zu reden. Könnt ihr euch nicht alle einen Monitor teilen? Okay, ich möchte bitte einen Termin bei einem Arzt machen. Ich würde gerne einen Doktor machen, um einen Doktor zu sehen. Ich sehe. Lass mich Dr. Dr. 13' Assistentin online bekommen. Das ist Dr. Dr. 13' Assistentin. Wann würde ich den Doktor sehen? Es ist schon eine Weile her, dass mir jemand mit dem Hammer auf das Knie geschlagen hat. Ich habe eine ziemlich schwere Katzenhaarallergie. Es ist Zeit für den jährlichen Check-Up. Ja. Es ist Zeit für den jährlichen Check-Up. Okay. Ja, das ist... Okay. Dann... Kann man dann irgendwo hier warten? Nicht wirklich, ne? Hm, ich kann hier aber nicht die ganze Zeit stehen bleiben. Und wir müssen auch noch... Moment, Zeitschriften. Okay, das könnte Claude vielleicht noch brauchen. Hm. Ja, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was wir hier drin noch machen können. Deswegen lasse ich ihn mal hier stehen und wechsle mal zu Claude. Der hat ja noch eine besondere Aufgabe. Wow, ein load of magazines from like the 50s. About hairstyles and whatnot. Okay, mit dem Hund können wir leider auch nichts anfangen. Aber, äh, das war ich hier, ne? Aber wir können den Ohrring hier vielleicht jetzt holen. Nein. Ach, wollt ihr mich denn verarschen? Ähm. Gumnostics. Sieht wirklich knackig. Ja, das ist toll. Vielleicht später. Ich habe keine Grund, um jetzt für Letters zu fischen. Okay. Okay. Können wir vielleicht nach der fischen, aber so groß ist das Ding nicht, ne? Pfandleihaus. Wo sind denn die Friseure? Seins vielleicht? Solange sein Boss zuschaut, okay. Also ich dachte, vielleicht können wir ihn irgendwie ablenken. Dann bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, wobei ich jetzt gerade nicht weiß. Triff Julia im Squiz. Genau, da können wir jetzt hin, ne? Ähm, hier war das, ne? Ne, das ist der Laden um die Ecke. Ach ja, da müssen wir ja auch noch. Aber hauptsache, ich habe was. So. Spielzeug solltet. Ein kleines Plastik-Toy-Soldier. Oh, das kleine Helmet kam aus. Okay. Das kleine Plastik-Helmet, den ich von dem Toy-Soldier bekam. Das Ding ist in der Hand. Ich hoffe, das ist, dass du fehlte Kante für verpackt hast, um zu recycelten. Ah, vielleicht können wir jetzt bei dem einen, äh, die Dose holen. Doppelig wenn wet. Keep floor dry at all times. Yep, the floor is looking dry, all right. Okay. Thank you. This is Lenny speaking. Security to aisle one, please. We've got an attempted robbery going on in aisle one. Sorry, I was just checking the wait to make sure nothing has gone missing. Vor allen Dingen eine gute Erklärung. Was ist das denn für ein Problem? Was ist das? Ich würde sicher nicht wollen, dass ich in dieses Ding schrauben würde. Okay. Okay, jetzt bitte nicht Angst, kleine Fisch. Was ist das denn, was du machst? Hande aus dem Fischbowl, Fisch? Das ist viel Profanität für nur einen Dialog. Das Fisch sieht ein bisschen Angst, nicht? Sushi ist einfach gut, danke, Schmuck. Sushi? Du planst nicht, diesen Fisch zu essen, richtig? Ja, ich dachte schon, dass das so eine Anspielung auf Zeck McCracken ist. Können wir den nicht einfach irgendwie da rein... ...hauen? Ähm... Okay. 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 Ähm... Ich denke, wir kommen jetzt hier definitiv erstmal nicht weiter. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wir jetzt die Dose kriegen könnten. Was ist denn je passiert? Hey, Chugginola. Nicht mehr Chuggin? Sorry, Dude. My hopes and dreams got crushed by the corporate machinery. I'm working for the man now. Really. Oh, the man. Yep. Have an envelope, Dude. Okay. Here's how it works. Opening up a savings account with piggy bank is easy. You just put a coin and your contact details in this pre-stamped envelope and drop it in the post. Your future, you, will thank you. Aha. They make me say that to everyone. It's torture early. I feel fear advertising, Ola. I feel fear. Also, man wirft die Visitenkarte da rein. Okay. The business card is in the envelope. Und, und, und was hat er jetzt noch gesagt? So all I do to start that savings account is to put a coin in the envelope. Eine Münze. Yeah. And don't forget that you need to put your contact details in there too. So the folks at piggy bank know who the account is for. Really. Das heißt. Wenn das eine Münze wäre. I'd better hang on to it. Ist es nicht. Aber Claude könnte doch eventuell eine Münze fischen. I can see tons of coins glimmering down at the bottom. Woher kommt das da mit? The coins at the bottom are slipping through the cracks in the net. I guess there's no way to make a quick buck in this town. The little plastic helmet I got from that toy soda. Ja, ja, ja. I don't want to throw that in there. Nee, du sollst damit eigentlich fischen, aber... Ähm. Okay. Fragen wir nochmal. Mind if I take that can? Maybe later, waiter. Ach, komm. Es muss doch irgendwas geben. I think I'm gonna hang on to it. Nah. I'd better keep it. Nah. I'd better hang on to it. Nah. Ah, den Käse brauchen wir noch. Nah. I'd better keep it. I think I'm gonna hang on to it. Yuck. I don't drink that stuff. Hm. Hm. Ich muss ihn wahrscheinlich tatsächlich irgendwie ablenken, damit ich an die Dose komme. Das ist natürlich... Nah. I'm not falling for that again. Da drin hatten wir soweit auch alles. Hm. Hm. Maybe Julia and Jonas? Wir brauchen noch eine Münze. Das weiß ich natürlich nicht. Wir haben doch angeblich in der Pfandleihe Geld bekommen. Äh. Einen kleinen Haufen Geld oder sowas. Thanks for the chat. No worries. Welcome to stop by anytime. Mal gucken. Interessant item. Though not very expensive looking. Ja, krieg ich da trotzdem was für? Hm. Not very expensive looking though, is it? Hm. These might actually be quite interesting. Interesting. If I were a hairdresser. Back in the fifties. Hm. Interesting item. Though not very expensive looking. Beer vielleicht? Not very expensive looking though, is it? Interesting item. Though not very expensive looking. Interesting item. Ist ja gut, ist ja gut. Hm. Hier haben wir uns aber alles angeguckt. Demo-Kassetten, Video-Kassetten. Ich weiß, ich weiß. Giga-Deaths are totally the better band. Everyone would agree. Okay, da können wir auch nichts machen. Tja. So. Im Büro. Können wir auch nichts machen. Ich meine, gut, eigentlich sollte er sich ja mit der einen treffen. Wobei ich gedacht habe, das wäre jetzt hier, aber dann muss er ja komplett woanders hin. Wo wollte sie ihn jetzt treffen? Ähm. Stecke eine Münze in den Umschlag. Ja, das ist mein Problem. Schicke den Umschlag ab. Das würde ich nämlich auch gerne machen. Finde ein besseres Zuhause für Sushi. Triff Julia im Squiz. Wo zur Hölle ist das Squiz? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Finde ein besseres Zuhause für Sushi. Können wir das... Ah ne, in der Zeit ist er gar nicht mehr. Ja, dass wir das tauschen können. Vor allen Dingen müssen wir die wahrscheinlich auch, wie gesagt, ablenken. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt im Moment nicht so ganz, was ich noch machen soll. Ich bin am überlegen. Aber ich meine, mit Justin können wir ja eigentlich auch nicht viel machen. Da müssen wir jetzt erstmal warten. Wobei warten wahrscheinlich darauf bezogen ist, dass man irgendwas anderes macht. Vielleicht seine Kreditwürdigkeit verbessern oder so. Das Problem ist halt, er hat hier keine Münzen. Und jetzt muss ich mal eben schauen. Da ist das Auto. Das heißt... Ja, das heißt, hier wäre eigentlich der Brunnen gewesen. Aber da gibt's dann auch keine Münzen. Hier kommen wir auch nicht vorhanden. Ja, ja. Ne, dann habe ich im Moment noch keine Ahnung. Wird dann aber erstmal gerne die Folge beenden, um da vielleicht nochmal ein bisschen drüber nachzudenken. Ich bin auch am überlegen, ob ich die Handschuhe eventuell... Ah, okay. Wir müssen ja auch noch irgendeine Möglichkeit haben, dass wir ihn verkleiden können. Das haben wir auch noch, weil da haben wir auch noch nichts zu. Vielleicht den Raumanzug nehmen. Ich weiß es nicht genau. Das konnte ich auch nicht drüber machen. Ja. Ne, also da muss ich tatsächlich nochmal ein bisschen überlegen. Ein bisschen schauen, ob wir vielleicht irgendwo was übersehen haben. Und das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.